Ich bin Ulrike Agrin, schwedische Nationalspielerin und Handballprofi beim Buchsehude SV. Tag für Tag trainiere ich hart, für mein großes Ziel, den Sieg beim Handball Final Four. Wir sperren, wir klammern, wir blocken, wir fighten um jeden Ball und wir werfen Tore. Trotzdem sagt mein Freund, Handball ist nichts für Frauen. Stimmt, Handball nichts für Puppies.